Schalom zusammen! Es gibt einige ungläubige Menschen, die zwar über diverse Verschwörungen aufdecken und auch okkulte Dinge ans Licht bringen, während sie selbst jedoch weder an Gott glauben noch an die Existenz von Satan und seinen Dämonen. Demnach würden die okkulten Logen und Geheimgesellschaften, die offen oder im Verborgenen den Teufel anbeten, also nicht wirklich an Satan glauben, weil im Weltbild der ungläubigen Infokrieger kein Satan existiert. Alle die vielen Musiker, Schauspieler, New-Ager und Okkultisten, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben und dies auch zugeben, machen sich also nur einen Spaß daraus? Nein, diese Personen wissen ganz genau, was sie tun, wen sie anbeten und was sie als Gegenleistung dafür von der dunklen Seite erhalten. Wer nicht an die Existenz des Teufels glaubt, der wird niemals die ganze Verschwörung hinter der Verschwörung ans Licht bringen, weil wir es mit einer geistlichen Verschwörung gegen Gott zu tun haben. Es war Luzifer, der im Himmel gegen Gott rebellierte und auch heute noch mit seinen Engeln und Anhängern gegen Gott rebelliert, weswegen es nur eine Gruppe von Menschen gibt, die gänzlich die Wahrheit ans Licht bringen kann, und das sind wir Christen. Einige ungläubige Infokrieger glauben sogar, dass die Bibel nur ein Drehbuch für die Illuminaten sei, das bewusst von Menschen umgesetzt wird. Kein Wunder, dass die Ungeläubigen bzw. Menschen, die nicht an Gott glauben, in der Bibel als Narren bezeichnet werden. An einen falschen Gott zu glauben, kann böse enden, doch überhaupt nicht an Gott zu glauben und zu meinen, das Leben sei zufällig entstanden, der lebt auf jeden Fall in einem geistigen Phantasialand, aus dem nur Gott einen wieder befreien kann. Im Psalm 2 heißt es ab Vers 1 über die Könige dieser Erde, Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verbreiten sich gegen den Herrn und gegen seinen Geseibten, nämlich den Messias. Küss den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Während sich die Logenbrüder vor Gott und der Wahrheit verbergen, so sollen wir uns beim Sohn bergen, um geborgen zu sein, nämlich beim Sohn Gottes, Jesus Christus, gegen den sich alle Könige der Erde auflehnen werden, was vor allem in der Drangsal sichtbar wird. In Offenbarung 16 heißt es ab Vers 13, Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres, nämlich des Antichristen, und aus dem Maul des falschen Propheten, drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen, nämlich Dämonen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Die Illuminaten, New Ager oder andere okkulte Logen kämpfen mit ihren Lehren und Ritualen vor allem geistig gegen Gott und sein Volk, doch am Ende der Tage werden sich also die Könige der Erde sichtbar und auch physisch gegen Gott und sein Volk stellen. Vielleicht treten einige Menschen den Geheimgesellschaften sogar mit guten Absichten bei, doch die wahren Absichten der Logen erfährt man erst, wenn man in der Hierarchie einige Stufen bzw. Gerade aufgestiegen ist. So heißt es über die Hochgrade der Freimaurerei, die Maurerreligion sollte von uns allen, die wir eingeweiht der höchsten Grade sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Ja, Luzifer ist Gott. Klingt nicht so, als würden die Logen dem Gott der Bibel folgen, weil sie einen anderen Baumeister haben, der gegen Gott rebelliert. Vor solchen Geheimbünden warnt uns bereits die Bibel in Hiob 30, Vers 26 und in Jesaja 29, Vers 15, wo folgendes geschrieben steht. Die Bibel ist ein sehr pro-israelisches, pro-jüdisches und vor allem pro-christliches Buch, in dem der Faluzifers, die Pläne des Teufels und die Verführung der Dämonen ganz deutlich beschrieben und beim Namen genannt werden, weswegen die Bibel also niemals von Geheimgesellschaften geschrieben wurde oder gar als Drehbuch für Illuminaten gebraucht wird. Im Gegenteil, die Bibel lehrt uns sogar, dass wir die Machenschaften, die so okulten Elite aufdecken und ans Licht bringen sollen, denn die Finsternis hat keine Zukunft, erst recht nicht, wenn das Licht der Welt hier das Sagen hat. Im Epheserbrief heißt es in Kapitel 5, Abvers 11, Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wenn die Bibel also ein Drehbuch der Illuminaten wäre, dann würden die Illuminaten also dazu aufrufen, ihre verborgenen Machenschaften aufzudecken und ans Licht zu bringen? Das macht genauso wenig Sinn wie der Atheismus, weil sonst würden sich die Illuminaten ins eigene Fleisch beißen. Einige Ungläubige behaupten außerdem, dass die Bibel nur das Buch über einen Sonnengott ist und Jesus nur ein Symbol auf die Sonne sei, die man bekanntlich in vielen Kulturen angebetet hat, so leider auch in der Tat manchmal in Israel. In Ezekiel 8 heißt es ab Vers 12, Doch nur weil einige damals im Volk Gottes aus der Reihe getanzt sind und die Sonne angebetet haben, heißt das eben noch lange nicht, dass Gott dies auch als gut befunden hat. Im Gegenteil, wer bei dieser Art von Götzendienst erwischt wurde, damals wurde man mit dem Tode bestraft, weswegen die Bibel also kein Buch für oder von Sonnenanbetern sein kann. In der Tora heißt es nämlich im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Abvers 2, Wenn in deiner Mitte ein Mann oder eine Frau gefunden wird, die tun, was vor den Augen des Herrn böse ist, und anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder den Mond oder das gesamte Herr des Himmels, was ich nicht geboten habe, siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in Israel begangen wurde, du sollst nun jenen Mann und jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau und sollst sie zu Tode steinigen. Jesus ist nicht die Sonne, sondern die Sonne wurde durch Jesus erschaffen, weswegen wir keine geschaffenen Dinge anbeten, sondern den Schöpfer selbst. Doch es ist nicht nur streng verboten, die Sonne zu verehren und anzubeten, sondern es ist laut dem Gesetz Gottes genau das verboten, was die ganzen okkulten Geheimgesellschaften und New Ager praktizieren. Denn im 5. Buch Mose heißt es nur ein Kapitel weiter, nämlich in Kapitel 18, Abvers 10, Es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet, denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Und auch jemand, der Dämonen beschwört, oder andere eben aufgezählte Dinge praktiziert, wurde damals ebenfalls anhand des Gesetzes Gottes mit dem Tod bestraft. Wenn die Illuminaten also die Bibel geschrieben haben sollen, dürfte es sie laut ihrer Bibel dann gar nicht mehr geben, weil sie laut ihrer Bibel dann alle den Tod verdient hätten. Deswegen muss man aufpassen, dass man am Ende der Tage nicht in der Finsternis landet, obwohl man doch glaubt, im Nichts zu stehen. Im zweiten Korintherbrief heißt es in Kapitel 11, Abvers 13, Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Während sich also die Gefolgschaft des Satans in der Finsternis verstecken muss, damit ihre Werke und Pläne nicht aufgedeckt werden, so tat Jesus genau das Gegenteil und gab uns auch ein Versprechen bezüglich diesen ganzen Verschwörungen gegen Gott. Jesus sagte in Johannes 18, Vers 20 und in Kapitel 8, Vers 17, Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, nicht nur zu den Juden, sondern zu der ganzen Welt, Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Wenn Jesus sagte, dass alles offenbar werden wird, was verborgen ist, dann kann man das auch auf okkulte Geheimgesellschaften beziehen, denn das Wort okkult kommt aus dem natanischen Wort okkultus, was übersetzt verborgen bedeutet. Decken sich also die Illuminaten mit ihrer Bibel selbst auf und benutzen es als ein Drehbuch, wie einige glauben? Nein, wir Christen decken anhand der Bibel Gottes mit der Hilfe des Herrn und des Heiligen Geistes die okkulten Dinge auf, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich das Licht der Welt, der Messias Israels und Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.